Dieses Video wird unterstützt von OneFootball. Wer die App noch nicht hat, könnt ihr euch gerne kostenlos downloaden. Link ist natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Schreibt gerne meinen Shop aus für die neuen Nice-Sachen und die Camouflage-Sachen. Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Gratis Autogrammcard gibt es ab sofort zu jeder Bestellung dazu. Also gerne abchecken. Was gelaut und herzlich willkommen zum nächsten Part des Karrieremodus mit dem FC Bayern. Leute, weiter geht es und in ein paar Tagen steht schon hier das Supercup-Finale an gegen Leipzig. Wir müssen noch ein bisschen was machen in Sachen Transfers. Bislang nur ein Spieler geholt. Und zwar De Jong fürs Mittelfeld. Wir müssen generell im Mittelfeld noch ein bisschen was tun. Lewandowski haben wir auch verkauft. Im Sturm müssen wir also auch noch was tun. Dormisi ist, by the way, zu Barcelona gewechselt für 9,4 Millionen, Leute. Wir haben noch 350 Millionen. Also wir haben noch einiges übrig in Sachen Cash. Wir können heute mal schauen, ob wir eventuell Bosalem meets Kylian Mbappé verhandeln. Denn einen Sturm abräuchten wir auf jeden Fall, Leute. Lasst mir mal gerne ein Like, lasst mir mal gerne ein Abo da. Ihr wisst es, falls ihr nicht abonniert habt, kostenlos abonnieren. Glocke aktivieren, täglich einschalten, checken euren Shop aus. Nice Designs in schwarz und weiß als T-Shirts. Kurve gibt es in Orange, Rot, Grün und Blau in den vier Camouflage-Baden, Leute. Kissen, Kassen, Turmbeutel, die nice LED-Lampe haben wir am Start, Leute. Handy-Ring gibt es auch wie immer in Orange, Blau, Rot und Grün. Und gratis Autogrammkarte gibt es auch zu eurer Bestellung dazu. Also wer Lust hat, gerne abchecken. Ich würde mich sehr freuen, Leute. Danke euch. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir einfach mal an. Wir fahren jetzt mal mit Kylian Mbappé. Ich will erstmal nur schauen, was PSG für den haben will. 117 Millionen Mark wert, 146 bis 204 Millionen. Also, ich sage mal so, es wird der teuerste Transfer werden, den ich wahrscheinlich jemals gemacht habe. Beziehungsweise ich habe damals für Neymar, war das im letzten oder im vorletzten Jahr, habe ich mal 195 Millionen gezahlt. Aber ich glaube, ich habe, obwohl ich glaube, ich habe auch mal einmal für Neymar sogar 205 Millionen gezahlt. Aber ich glaube, ich habe noch nie mehr als 205 Millionen für einen Spieler gezahlt. Deswegen schauen wir mal, was die hier für Kylian Mbappé haben wollen. Wir gehen mal auf 160. Ich denke nicht, dass sie es annehmen werden. Aber gut, wir haben auch noch 190 Millionen, die wir aufstocken können. What? Digga, die nehmen es an. 160. WTF? Aber gut, also damit habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht gerechnet. Alter, Digga, das geht aber echt fullklar. 160 Millionen für Kylian Mbappé. Ich meine, wir haben 60 für Lewandowski bekommen. Gut. Da legen wir eiskalt nochmal 100 Millionen drauf. Haben wir einen Spieler wie Kylian Mbappé. Ne, aber ich würde sagen, das geht klar, Mann. Ohne Scheiß. Das Problem ist, wir haben jetzt direkt angenommen. Könnte sogar sein, dass wir ihn noch günstiger bekommen. Deswegen würde ich einfach mal sagen, warten wir jetzt noch ein paar Tage ab und lassen das Angebot erstmal auslaufen. Oh, De Jong ist sogar schon hoch auf 88, Alter. Geile Sache. Sehr nice. Und eventuell kriegen wir den ja dann sogar für, weiß ich nicht, vielleicht 150 oder so. Müssen wir mal abwarten. Fakt ist, dass wir auf jeden Fall einen neuen Stürmer brauchen. Also kommen wir gar nicht drüber hinweg. Serge Gnabry. Das Ding ist, wir könnten erstmal das Ganze so angehen. Und Messi in den Sturm mit Ronaldo und Gnabry kommt über rechts dann. Okay, so wäre es auch eine Option, ne? So wäre eine Option auch ohne Stürmer möglich, sage ich jetzt einfach mal. Ohne neuen Stürmer. So werden wir, denke ich, jetzt mal erstmal die nächsten Spiele gehen. Wir müssen eigentlich auch ein Mann jetzt spielen lassen, ne? Eigentlich für Alaba. Aber dann, ehrlich gesagt, könnte man Alaba auch verkaufen. Wenn wir Alaba eh nicht spielen lassen. Hm, deswegen müssen wir mal überlegen. Ich weiß doch nicht, wie wir das machen werden, Leute. Müssen wir nochmal schauen, Leute. Bentanko jetzt erstmal hier im Mittelfeld mit Luc De Jong. Warum sage ich immer Luc De Jong? Der heißt Frankie De Jong, nicht Luc De Jong. Aber gut, wir simulieren nochmal ein paar Tage und schauen, was noch so passieren wird hier in den nächsten Tagen. vor dem Supercup-Finale. Like an Brot. Abschlussbericht zu Lorenzo Esposito. Jetzt bin ich mal gespannt. Der hat eine 69. Gut, das ist ein schlechtes großes Potenzial. Ich weiß natürlich jetzt nicht, 1,8 Millionen Marktwert. Ich weiß natürlich jetzt nicht, was der Typ für ein Potenzial hat. Aber für den günstigen Preis könnte man sogar mal überlegen, diesen Esposito hier zu holen. Ich meine, 1,8 Millionen, lass es mal 2 Millionen. Und wenn es hochkommt, 2,5 Millionen sein, die wir für den zahlen müssen. Ist ja in Ordnung, oder Leute? Geht klar, Alter. 2,5 Millionen kann man mal für so einen Spieler auf den Tisch legen. Leitengebot für Meret und zwar von Paris Saint-Germain. Ah ja, wir wollen auch noch wegen der Stürmer-Position gucken. Ich weiß gar nicht, was wir jetzt mit Neuer machen sollen. Puh, deswegen ist Neuers Vertrag läuft aus. Entweder wir verlängern Neuer, was uns natürlich ein bisschen Cash kosten wird. Oder wir verkaufen Neuer. Und kaufen dann dementsprechend natürlich einen neuen Keeper. Da müssen wir nochmal überlegen. Weiß schon nicht, wie wir das Ganze angehen sollen. Ob wir einen neuen Keeper holen sollen oder nicht, ist die Frage. Aber wenn ich ehrlich bin, ich wollte eigentlich Testegen holen. Aber irgendwie hat mich Testegen ein bisschen enttäuscht. Weil Testegen ist einfach immer noch auf 90. Hat ja Potenzial vorgegeben bis 93. Aber ist jetzt halt immer noch auf 90. Hat sich also kein einzigen Punkt verbessert in dem Jahr jetzt. Hier seht ihr es. Und ist halt auch schon 28. Was mit Oplak? Oplak ist, glaube ich... Ich glaube, Oplak ist ein Jahr jünger, ne? Entweder ist Oplak 27. Wenn es gut läuft, ist Oplak sogar erst 26. Oplak ist auch 27. Wow, der ist jetzt auf 92, Alter. What? Shit, Alter. Okay, das ist mal... Obwohl Oplak war auch auf 91. Stimmt. Ich dachte gerade, der wäre auf 90 gewesen. Aber der war auf 91. Also hat sich ein Punkt verbessert. Ja, gut. Ist auch wieder so eine Frage, ob sich das dann lohnt, ne? Muss man mal überlegen. Was mit Dejea, Digga? Dejea ist aber auch wie alt? Der ist ja auch mittlerweile 28, ne? Torhüter sind auch alle mittlerweile echt alt geworden. Es gibt so gefühlt keinen... Na gut. Absolut kranken Torwart Anfang 20... Oh, Vertrag läuft in 11 Monaten aus. Der ist auf 90. Der ist sogar hochgegangen von 89, Alter. Krass, aber der ist schon 29. Ist sogar noch ein Jahr älter. Ja gut, aber den könnte man ablösefrei snacken. Aber erst in der Winterpause, Leute. Boah, Alter. Da muss man mal... Muss man mal im Auge behalten, ne? Muss man mal echt im Auge behalten. Jetzt würden wir natürlich auch schon kriegen und dann relativ günstig. Aber können wir eigentlich mal drauf spekulieren, dass der Vertrag ausläuft. Oblak wäre schon über 100 Millionen, Alter. Das ist halt echt zu teuer eigentlich. Würde schon fast auf... Ja, wenn... Ja, dann würde ich schon fast auf Testegen tendieren. Weil der würde uns auch 100 kosten. Oder wir holen halt doch, wie immer, das klassische Talent Gianluigi Donnarumma. Das ist halt wieder die Frage, ne? Na gut. Muss man mal abwarten, Leute. Weiß ich jetzt noch nicht. Kylian Papé freut sich auf die Vertragsverhandlung und ein Transferangebot für Cristiano Ronaldo. Ist da Real Madrid ohne Scheiß. Jedes Mal... Ich muss die Facecam ein bisschen kleiner machen. Man hat gar nicht die Transfersummen gesehen. Irgendwie in jeder Karriere will Real Madrid Ronaldo zogen. Aber Alter, die bieten uns 82 Millionen, Dinger. Dinger für einen 35-Jährigen. Eigentlich heftig, wenn man ehrlich ist. Alter, 82 Millionen ist schon krass für Ronaldo. Allein, dass der Manager von uns sagt, dass sein Marktwert 81 bis 120 Millionen ist. Obwohl sein eigentlicher Marktwert 56 Millionen beträgt. Das heißt, sie zahlen uns 30 Millionen mehr, Leute. 30 Millionen mehr für einen 35-Jährigen. Das ist schon heftig, muss ich sagen. Das ist schon sehr, sehr heftig. Das ist schon eigentlich ein saftiges Angebot. Jetzt mal ohne Witz. 82 Millionen. Wir müssen mal kurz schauen, wie lange der Vertrag von Ronaldo noch. Müssen wir mal gucken. Leihangebot für David. Oh, das ist interessant, Mann. Könnte man echt überlegen, den auszuleihen, oder? Wenn wir jetzt ein Papé holen. Wäre das sogar eine Option, eigentlich diesen David auszuleihen. Weil er bei uns eigentlich immer auch gut gespielt und trainiert hat. Aber ich glaube, wäre es sogar noch geiler, wenn wir ihn ausleihen. Aber nach Manu, Alter. Wird er bei Manu spielen? Das ist halt auch wieder so eine andere Frage. Würde ich schon fast eher Nein sagen. Aber gut. Wir probieren es mal aus. Wir probieren es einfach mal aus. Komm, wir nehmen mal die Leier an. Verleihen wir dem mal ein Jahr. David hat ja ein 88er Potenzial. Also da geht auf jeden Fall noch einiges. Und wenn wir jetzt natürlich ein Papier holen, ist natürlich die Frage, wie oft er dann noch spielt. Und dann macht es natürlich schon mehr Sinn, den eventuell abzugeben. So, wir schauen mal ganz kurz, wie lange der Vertrag von Ronaldo noch läuft. Das interessiert mich mal gerade. Christian Ronaldos Vertrag läuft noch ein Jahr nur noch. Oh, shit, Mann. Der Vertrag läuft auch nur noch ein Jahr. Der hat aber noch nicht gesagt, dass er die Karriere beenden will. Aber das kann manchmal auch mitten in der Saison kommen. Auf einmal sagt er, der will die Karriere beenden. Weswegen, Alter. Müsste man überlegen. Obwohl ich Ronaldo eigentlich ungern abgeben will. Auch wenn er 35 ist, Alter. Aber wir müssen... Läuft der Vertrag genau noch ein Jahr oder... Warte mal. Zack. Oder länger noch als ein Jahr. Aber ich glaube ein Jahr. Sonst wird er ein Jahr und... Obwohl, ne, war da. Wo stehen? Irgendwo steht auch mal die genaue Vertragslaufzeit. Wo war das nochmal? Also kann auch sein, dass er jetzt noch ein Jahr und... Was weiß ich. Zehn Monate läuft oder so. Ach hier. Da steht es so direkt daneben. Bin ich blind, Alter. Ein Jahr und elf Monate. Ja gut. Also läuft der Vertrag quasi noch fast zwei Jahre. Ich bin komplett blind gerade gewesen. Ohne Witz. Ja gut. Ich weiß nicht. Wir können mal vielleicht mit denen verhandeln. Aber... Ich weiß nicht. Ich glaube, dass wir ihn eher eigentlich nicht abgeben werden. Aber wer weiß man. Je nachdem. Können wir verhandeln. Vielleicht geben die uns 100 Millionen. Wer weiß, wer weiß, Alter. Wer weiß, wer weiß, Leute. Vielleicht zahlen die uns 100 Millionen. Man weiß ja nie, ne. Transferangebot für Bentancur. Wie viel bieten die? Die bieten 54, 45 Millionen. Von Arsenal. Ja gut. Bentancur ist jetzt momentan... Der hat halt auch 89 Potenzial oder 88. Da gehen auch noch einiges. Und momentan ist er sogar unser Stamm-Mittelfeldspieler. Wen holen wir jetzt eigentlich fürs Mittelfeld noch? Warte mal. Echt jetzt nochmal überlegen, ne? Wir brauchen auf jeden Fall eigentlich noch einen zweiten Stamm-Mittelfeldspieler. Ich wüsste gar nicht, was haben wir da überlegt? Was wollten wir da machen? Das ist eine gute Frage gerade. Also wir brauchen einen für die Zentrale auf jeden Fall. Wen könnte man da den hinstellen? Ja gut. Ich habe hier jetzt Milinkovic, Savic. Aber weiß ich nicht. Aber... Obwohl Dings wollten wir noch holen. Stimmt. Wir wollen ja noch Havertz holen. Na gut. Havertz werden wir dann, denke ich mal, auch Stamm spielen lassen. Oder wir überlegen doch eventuell Dybala zu holen. Gab es dann echt auch mal wieder Gerüchte? Dybala war auch eine nice Sache. Der ist, glaube ich... Der hatte 88, ne? Der ist schon zwei Punkte hochgegangen auf 90. Alter, krass. Schon nicht schlecht, ey. Naja, wir haben auf jeden Fall einiges zu tun, Leute. Das kann man sagen. Oh, was mit Delirt? Warte mal. Da können wir auch mal überlegen. Aber... Na gut. Die Defensiv sind eigentlich gut aufgestellt. Kann man nichts gegen sagen. Defensiv mit Skrinja und Süle müsste eigentlich passen soweit. Aber könnte man vielleicht überlegen, um sich einfach noch relativ günstig zu sichern. Weil noch hat der erste 86er Rating. Da geht aber noch was, Leute. Na gut. Wir schauen mal, Leute. Wir haben noch einiges zu tun. Das war es erstmal auf der heutigen Folge. Ja, lasst gerne ein Like, da ist gerne ein Abo. Oder falls ihr nicht abonniert habt, kostungsabonnieren. Glocke aktivieren. Schaltet gerne täglich ein, Leute. Checkt noch meinen Job aus. Nice Designs gibt es in schwarz und weiß. Als T-Shirt, als Pullover. In orange, in rot, in grün und blau. In den vier Camouflagefarben. Als T-Shirt, als Pullover. Checkt es aus. Kissen, Tasten, Turmbeutel. Nice LED-Lampe. Wir haben auch noch am Start, Leute. Die Handyhüllen gibt es auch, Leute. In orange, blau, rot, grün. Und gratis Autogrammkarte. Gibt es auch zu eurer Bestellung dazu. Also wer Lust hat, können wir gerne mal abchecken. Das war es von der heutigen Folge. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Und dann schauen wir mal, was noch passieren wird. Wir haben noch einiges vor. Das kann ich euch sagen, Leute. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Oder rein. Und ciao.